Wir haben den Homepage-Baukasten von Jimdo im GrowTarif genau unter die Lupe genommen. Dabei standen der Registrierungsprozess, die Bedienerfreundlichkeit, das Design, der Funktionsumfang und der Datenschutz im Fokus. Ihr möchtet sehen, wie gut Jimdo in unserem Test abgeschnitten hat? Dann bleibt jetzt dran! Der Registrierungsprozess bei Jimdo läuft ganz einfach ab. Nutzer können sich mit ihrem Google-Konto, Facebook, Apple-Konto, oder klassisch per E-Mail anmelden. Jimdo bietet damit die vielseitigsten Anmeldeoptionen aller Testkandidaten. Gut gemacht! Jimdo bietet keine Testphase, dafür aber einen dauerhaft kostenlosen Tarif. Bei Jimdo gibt es zwei Möglichkeiten der Website-Erstellung. Eine Variante ist für Nutzer, die ihre Website gerne selbst programmieren möchten. In unserem Test haben wir uns für die Version entschieden, die keine Programmierkenntnisse benötigt. Diese nennt sich Dolphin. Der smarte Einrichtungsassistent führt den Nutzer durch den Erstellungsprozess. Dabei werden anhand einer Reihe von Fragen die Branche, der Zweck und die benötigten Funktionen für die neue Website ermittelt. Am Ende dürft ihr aus mehreren Designvorschlägen wählen. Sogar eine Domain könnt ihr jetzt registrieren. Das ist aber kein Muss. Jetzt könnt ihr die Inhalte der Website gestalten. Jimdo Dolphin bietet einen Drag-and-Drop-Editor, wie das bei Homepage-Baukästen mittlerweile üblich ist. Der Aufbau der Website ist dabei aber in Blöcke unterteilt, die jeweils andere Funktionen beinhalten. Es gibt den Galerie-Block, Textblock oder Über-mich-Block und so weiter. Die Blockstruktur wirkt auf den ersten Blick einschränkender als bei den anderen Baukästen. Durch die vielen Layout-Möglichkeiten haben Nutzer trotzdem einen hohen Gestaltungsspielraum, ohne sich zu verzetteln. Beim Thema SEO kommen Nutzer bei Jimdo voll auf ihre Kosten. Der Homepage-Baukasten bietet eigene Statistiken zu Besucherzahlen und Verhalten. Es besteht aber auch die Möglichkeit, Google Analytics einzubinden, dem Industriestandard bei den Analyse-Tools. Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Jimdo kann hier absolut glänzen. Der Homepage-Baukasten ist voll DSGVO-konform. Es ist spielend einfach, ein rechtssicheres Impressum zu erstellen und Hinweis-Cookies zu verbauen. Für 5 Euro mehr im Monat können Nutzer sogar einen Rechtstexte-Manager hinzubuchen. Dieser liefert Texte für Impressum, Datenschutz, AGBs oder der Widerrufsbelehrung, die zu jeder Zeit der aktuell gültigen Rechtsprechung entsprechen. Jimdo bietet deutschsprachigen Support. Im Grow-Tarif sollen Nutzer innerhalb von maximal 4 Stunden Unterstützung erhalten. Dieses Versprechen wurde in unserem Test eingehalten. Etwas schade? Es gibt weder eine Telefon-Hotline noch einen Live-Chat. Support-Anfragen können ausschließlich per E-Mail gestellt werden. Unser Fazit zum Homepage-Baukasten von Jimdo. Jimdo bietet eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit und eine moderne, frische Optik. Nutzer haben genügend Gestaltungsspielraum, ohne sich überfordert zu fühlen. Der Gratis-Tarif gibt genügend Zeit, um sich mit den Funktionen des Homepage-Baukastens vertraut zu machen. Perfekt für Anfänger. Beim Datenschutz punktet Jimdo ebenfalls. Enttäuschend ist die schlechte Backup-Funktionalität und die beschränkten Support-Kanäle. Untertitelung des ZDF, 2020